Ich bin hier in Graswil, in der LMG Graswil bei Mühlemann Walter. 14 bis 16 März ist hier grosse Ausstellung. Also Walter, hier dieser Traktor, erzähl mir mal was darüber. Also das ist ein Feld 275er, Jahrgang 1994. Dann haben wir von Grund auf restauriert. Die Kupplung ist gemacht, das 40er Getriebe ist drauf, die Vortragse haben wir revidiert. Den Motor haben wir die Zylinderkopfdichtungen ersetzt und einen grossen Service am ganzen Traktor ausgeführt, die Spiegel aufgehoben und neu lackiert. Die Kabine kommt auch neu lackiert drauf. Das ist ein Fendt 211, den bauen wir um nach Kundenwunsch. Das gibt eine Frontgeräteentlastung, da kann bequem in der Kabine das Frontgerätegewicht einstellen, gute Bodenanpassung zum Mähren ist das. Neben den vielen Maschinen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt und am Samstag 15 März ist ab 18 Uhr die Werkstattbar offen. Der Bauer Hause und Team werden euch da bedienen. Darum nicht vergessen, man trifft sich am 15. März in der Werkstattbar.